In wenigen Tagen ist es soweit. Mein großes, neues Doppelalbum, Die Kraft der Wunder, erscheint am 1. Mai. Um dich an den Zauber der Wunder des Lebens zu erinnern, entstanden diese Songs, Die Kraft der Wunder. Heute zeige ich dir erstmalig das gesamte Werk. Dich erwarten zwei CDs, 16 Songs im Namen der Wunder und 16 Instrumental-Versionen, die du für deinen Sport, zum Kochen, zum Chillen oder für deine eigenen Seminare gerne nutzen kannst. Natürlich bekommst du zum Album zusätzlich gratis einen Download-Link, mit dem du das Album auf all deinen digitalen Geräten nutzen kannst. Als schönes Special gibt es diesmal noch drei Postkarten. Jeden Morgen und jeden Abend sage ich meinem Sohn Finn vier Sätze, seit er auf der Welt ist. Diese vier Sätze findest du auf der Postkarte, einmal als Ich-Botschaft für dich selbst und einmal als Geschenk in der Formulierung für einen liebevollen Menschen, den du an seine Kraft erinnern möchtest. Das gesamte Paket findest du auf seomusic.de. Die CDs, die bereits vorgestellt wurden, werden in den nächsten Tagen schon versandt. Solltest du das Album gerne in rein digitaler Form, ohne der Postkarten und ohne Hülle wollen, kannst du es auch auf seomusic.de rein digital zum Download bestellen. All das findest du in meinem Shop. Wunder arrangieren all unsere scheinbar schicksalhaften Begegnungen. In meinen Musikvideos bekommst du die Bilder dazu. Die ersten vier Singles findest du auf Spotify und in Streaming-Plattformen. Alle anderen Songs nur auf meiner Homepage auf seomusic.de Besuch uns gerne auch auf der Kraft der Wundertour. Alle Dates und Tickets findest du auf seomusic.de im Bereich Konzert. Im Zeichen des Guten. Es geht nicht durch, sondern imọiande�� 것을 distorted. Alles zum Beispiel. Ich würde gerne nachhaltigen ein paar Jahre hin fast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.